Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 15. September, präsentiert von IWEPRO. Die Lösung für Bestand und Provision. Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Beim Abschluss hat der Vermittler deutlich die Nase vorn. Erstmalig greift die kontinentale Studie 2023 das Thema Arbeitskraftabsicherung auf. Die Ergebnisse zeigen, beim Abschluss einer BU-Versicherung ist der persönliche Kontakt am wichtigsten. Und zwar mit Abstand. Mehr als die Hälfte gibt hier den Vermittler vor Ort als bevorzugte Option an. Denn das gilt auch für die Generation Z mit 45%. Vergleichsportale schneiden mit 19% deutlich schlechter ab. Deutsche Familienversicherung wächst weiter. Die DFV Deutsche Familienversicherung AG wächst im ersten Halbjahr um 8%. Zu diesem Wachstum trugen die Spaten kranken Zusatz plus 5% und Schadenunfall plus 25% bei. Ferien- und Immobilienumfrage. Die häufigsten Schäden. Im Auftrag des Spezialversicheres Hiscox befragte das Marktförderungsinstitut Apinio im Juli über 400 Menschen aus ganz Deutschland, die eine Ferienimmobilie besitzen. Die Umfrageergebnisse zeigten unter anderem, welche Schäden besonders häufig auftreten. Über ein Viertel, 26,3%, konnten bereits einen Schaden an der eigenen Immobilie verzeichnen. 38,1% davon gehen auf das Konto von Unwetter. 31,4% werden durch Mieterinnen und Mieter verursacht und 22,9% durch Einbrüche. Durch teils lange Herstände werden diese Schäden oft sehr spät erkannt und deren Behebung kann aufgrund der Entfernung zum Erstwohnsitz mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Die Deutsche Rückversicherung AG wird ab 2024 auch Leben-Rückversicherungsgeschäfte in Ländern der Regionen Middle East und Nordafrika schreiben. Mit diesem Schritt setzt die Deutsche Rückgruppe ihre Strategie der schrittweisen Internationalisierung ihres Geschäfts fort. Deutsche stehen unter Stress. Das Stresslevel in Deutschland bleibt auch nach der Pandemie auf einem hohen Niveau. Dies zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des auf Berufsrisiken spezialisierten Versicherungsunternehmens Swiss Life Deutschland und des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Insgesamt bewerten 61% der befragten Menschen ihr Stressempfinden als sehr hoch oder eher hoch. Besonders betroffen sind Studierende, 67% und Auszubildende, 66%. Unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern klagen mehr als jeder zweite, 51%, über eine zu hohe mentale Belastung. Neue Studie. Was leisten sich die Deutschen noch? Ein zentrales Ergebnis einer Umfrage ist, dass 68% der hier Lebenden das Gefühl haben, sich weniger leisten zu können als vor Corona oder Inflation. Das trifft besonders stark auf diejenigen zu, deren Haushaltsnettoeinkommen unter 2000 Euro monatlich liegt. In dieser Gruppe sind es vier Fünfte, die glauben, sich weniger leisten zu können. Die Umfrage wurde von YouGov im Auftrag von Lowell, einem Anbieter von Forderungsmanagement, durchgeführt. Und das war ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 15. September, präsentiert von IBPro. Die Lösung für Bestand und Provision. Die Lösung für Bestand und Provision.